moin leute heute möchte ich euch einmal kurz das neue event vorstellen die neue insel und ihr damit einhergehen der unas aufgabe und moko sam und so also die insel seele ja ich bin zurück aus und ich gehe mal direkt darauf ein das event kam letzte woche mittwoch also also diese woche mittwoch am 26 10 aufnahmedaten bis 28 jahrzehnte aktuell und dieses dieser es gibt einmal in jeder hauptstadt gibt es den questgeber die woher die quest annehmen können um auf die insel zu kommen der questgeber sollte hier ungefähr stehen wo ich jetzt gerade bin in punika da ist ja die sehen ich also noch diesen moko nach diesem kostüm aus wir hatten da wirklich eine pinke quest also nicht dieses lila was sonst andere questgeber haben ich finde es ja gerade hier hat keine lila eine quest das ist gar peinlich wo ich noch eine lila eine quest habe es ist keine wirklich eine pinke quest die könnte ja nehmen da und die schickt euch dann auf die insel die insel befindet sich nördlich von luthera nämlich genau da der moko 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 night market oder nicht nachtmarkt also entweder müsse dann müssen das erst mal müsste damit ein schiff wirklich hinfahren die weitere male könnt ihr auch mit dem ocean langer den fan ich war jetzt mit motion dahin und ja wir sehen uns dann gleich wieder wenn ich auf der insel angekommen bin so ich bin angekommen auf der insel und die auf dieser insel könnte dann erst mal die quest weiter verfolgen die ihr dann dem entsprechend schon angenommen habt in der hauptstadt oder in der größeren stadt und das weitere gibt es hier die kann ich euch nicht zeigen weil ich die schon gemacht habe ein kurzer hinweis zu dem ocean liner bei dem ocean in ihm ist mit jedem charakter entkommen und der ausstelle wird nicht account weit freigeschaltet heißt jeder schade auf diese insel soll muss das aber eigentlich müsste nur einmal mit einem schauer auf diese insel für die unas und das war es dann eigentlich wir wollen wir darauf eingehen wir zeigen euch einmal ich zeige euch einmal hier es gibt die drei samen in koko sieht einer ist hier hinter versteckt der ungefähr hier wo ich jetzt gerade stehen musste einfach hingehen und irgendwann gedrückt und gsm hätte leider doch da unten seht ihr so ein bisschen da ihr seht ihn da so ein bisschen so ist der erste und es kann drei der dritte befindet sich hier messen wie es ihn wieder sieht und der vierte befindet dritte befindet sich hier oben auch im messen das sind die drei mucco sieht wenn ihr die quest line das erste mal gespielt hat einmal hier alles durchgespielt das geht zwei drei minuten wenn überhaupt dann beschaltet ihr auch da oben den dann schaltet ihr so gesehen der daily weg fertig die könnte pro charme machen das sind natürlich an die quest müssen auch einmal mitmachen hier sammeln hier einmal so ein teil auf dann müsst ihr einmal kugel rücken loslassen ins kopf so weit ist die los dass man es bereich ist drücken wenn es im bereich ist loslassen hat eine quest abgeschlossen kriegt halt dann das essen im messen kommen wir gleich des weiteren wenn ihr diese ganze quest reihe einmal abgeschlossen habt schaltet die die unastask frei unastask heißt im englischen auto succeed at length mal kurz im deutschen nach ich habe mal kurz nachgeguckt ich musste mal kurz mein brain anstrengend für deutsch ja erfolg auf langer sicht als der sicht heißt erfolge können doch einfach suchen wie ich jetzt mal liebst und die guckt wo die location oder hier suchen der location moko moko gibt auch die gibt vier online leap stones aber greater normale oder whatever und wenn ihr diese quest diese unastask 15 mal abgeschlossen habt könnt ihr euch über den über den reputation könnt ihr euch dort dann die seele holen dafür für die quest müsst ihr eigentlich dann nur nicht vier schritte glaube ich machen welche ich habe mich schon letztes mal irgendwie zwei minuten warum ich nicht mich porten kann perfekt müsst ihr halt einmal wirklich in jedem bereich aber nach oben da und da gehen ist also gut testen und das war es eigentlich schon wenn ihr keine lust habt auf zum beispiel in schlusser die quest zu machen wo ihr ganz diese musik und das zum beispiel machen aber im endeffekt das war eigentlich schon die ganze das ist eigentlich so das wichtigste an die insel die drei moko kursi jetzt die unast für die seele und jetzt gehen wir mal weiter wenn ihr eventen sachen abschließt wie ihr geht kaos danschen er geht gar die welt er bist du dann schon hier geht ich meine auch im weight ist das also im büscher zum beispiel er droppt muss man was richtigen finden zu der richtigen dann droppt so unterzeit wie ihr seht und 77 381 86 12 ab diesen aus wie gesagt aus den misswels oder frage ich dann noch so viel dass man wirklich mal sagen die kommentare nicht ganz sicher wenn er dieses zeug habt also generell ihr kriegt die ersten sachen ihr müsst den pakete machen und die pakete könnte tauschen da gibt es dann hier drei verschiedene arten der pakete einmal das gift z1 erfordert hat alle kleinen dann das gibt zu zwei erfordert alle kleinen plus das mittlere oder dritte erfordert alle kleinen das mittler und das kostet also alle materialien warum gibt es verschiedene tiers relativ einfach wenn ihr nichts anderen händler geht seht ihr nämlich jetzt schon die unterschiede weil es gibt nämlich items die gekauft werden können mit dem großen mit dem geschenk z3 mit dem geschenk mit den einzelnen items und manche erfordern dann zum beispiel hier dann das kleine set dann das große set muss halt immer genau rechnen was ihr wo wann braucht und so schön dann die ganz normalen materials auch die klein für und hier ist zum beispiel wichtig für euch zu wissen es ist nicht mehr so viel auswahl wie früher also ihr habt bei den anderen events war ja immer so ihr könntet auswählen will ich t1 t2 oder t3 materialien kaufen oder also theoretisch hätte ich auch und machen können hätte die genug punkte gehabt ihr müsst euch dann hier kriegt ihr dann die auswahlkisten und dann müsst ihr euch da drin entscheiden welches von dem möchte ich persönlich ein bisschen schön an dem anderen aber das ist geschmackssache aber das war es eigentlich also es gibt halt dann wie gesagt dann müsst ihr halt dann hin und her kraften und sachen und das halt und so gesehen müsst ihr dann rechnen dass euch das zusammenrechnen wie viel ihr wollt oder was ihr kaufen wollt dann rechnen wir zusammen welche materiale kisten er braucht dann wisst ihr auch wie viel ihr staff machen bis pro woche oder pro tag wie gesagt die die kleinen dinger hier seht ihr schon jahren 70 380 die anliegen daran dass ich die aus dem kärzland schnitz hinterher kriege und aus dem guardian welt ja und er ist aber das sind so die belohnung also generell kriegt man halt dann einmal die normalen only also die bücher um auf von 1302 auf 1370 zu kommen und von 1370 auf 14 hundert war das jetzt und 15 könnte auf jetzt 15 weil ich weiß wie hoch gerade die gehen dann gibt es dann genau die support selection also wo man also ohne chance erhöht als lebst und waffen kristalle was muss kristalle eine ganz normalen hier mehr also die momenten und was kind sind eigentlich was man bei jeglichem event gekriegt das einzige was hier anders ist ist hier die alte waren zirka war und das ist dafür genau und das braucht man dafür geheime oder bestimmte spezielle gerichte in eurem estate in eurer insel zu kraft ja im endeffekt war es was mit dem guide also wie gesagt haben erklärt wie wir da hinkommen wo die mokoko sieht sind wie man die seele bekommt und was man mit dem materialien macht mit dem food was man geschenkt bekommt durch die ganzen täglichen wöchentlichen events so ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns im nächsten video wieder bleibt bis dahin gesund und bunter und ich hoffe ihr kriegt einen guten guten job luck und auch gutes honiglack ist ein neuer zirkus bei bei